Mal wieder willkommen bei der kleinen Akademie. Heute im Praxistest ein Nachbau eines Striegels aus dem 13. Jahrhundert. Hier seht ihr das Versuchsobjekt Tom, das völlig gelassen dasteht, während ich es mit dem eisernen Striegel bearbeite. Wir sind ziemlich erstaunt gewesen beim ersten Versuch, wie gut dieser Striegel tatsächlich in der Praxis funktioniert. Es lassen sich wunderbar Dreckelemente, Haare, Schuppen und ähnliches entfernen. Das sieht man sehr gut in der Detailaufnahme. Genauso wie am Pferdefell, da es von den Zacken ordentlich durchgefurcht wird. Tom genießt die Massage und fordert eigentlich sogar mehr ein, dass man noch stärker bürstet. Hier zu sehen, dass ich es mal etwas stärker probiere und Tom bleibt völlig relaxed. Tatsächlich sind die Zacken also nicht unangenehm oder birgt ein Verletzungsrisiko, sondern das Pferd genießt und die Wirkung, die Striegelwirkung ist grandios.